Guten Morgen und willkommen Trader zum Freitagswebinar heute am Brückentag nach dem Feiertag den wir gestern hier in Deutschland hatten. Ich hoffe jeder hatte eine gute Zeit und den Tag so verbracht wie er es gerne wollte. Heute Zeit zum nächsten Blick in die Märkte Handelsideen selbstverständlich auch wieder auf der US und B500. Wir schauen ins WTI und bei den Währungen Interessantes im Austral-US-Dollar. Das für die Ideen und dann wie wir das im Titel auch schon entnehmen können. Heute geht es um die Trading Sprechstunde hier bei Tickmill. Fragen, Antworten, Analysen, all das was sie sich selbst auch wünschen hier live auch in der Besprechung. Also wer mag wie immer rein in die Chats mit den Fragen oder den Wunschmärkten. Da kann ich sehr sehr gerne darauf antworten. Bevor wir in die Handelsideen reingehen. Erstmal auch einen Dank für die guten Morgengrüße und der Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit die Wiesen und CFD ist auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Das bitte ich hier wie jeden Morgen auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Machen wir weiter mit dem Blick in die Tagesnachrichten. Heute und hier eine relativ lange Latte. Wichtigste Fakten heute. Heute Abend Paul spricht. Das ist wieder wichtig, weil das hat immer Impact auf die Märkte. Was gibt es noch? Starten wir mal mit den allerwichtigsten. 14.30 Uhr aus den USA. Die Non-Farm Payrolls. Wir bekommen die Arbeitslosenquote. Das sind die wichtigsten Faktoren für den Nachmittag und den Abend, die wir heute erwarten können. Ansonsten im Laufe des Tages noch ein bisschen was. 13.25 Uhr spricht der EZB-Vizepräsident. Und dann geht es um 14.30 Uhr. Also gut eine Stunde vor Handelsbeginn los. Hier in den USA. Die durchschnittlichen Stundenlöhne. Die bekommen wir. Wir bekommen einen Einblick in die Exporte. Und entsprechend hier dann sozusagen noch die privaten Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft. All das um 14.30 Uhr. Die Handelsbilanz ist auch noch da. Das heißt, an dieser Stelle haben wir wichtige Faktoren. Dann gibt es noch ein paar Reden seitens FOMC-Mitgliedern hier heute am Nachmittag und auch noch am späteren Abend. Und wir bekommen wie jede Woche Freitag die Informationen zum COT-Report. So, also das dazu. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich weiter im Text, nämlich rein in die Charts. Und zwar starten wir hier mit den Währungen, mit dem Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Wir sehen hier auch noch die letzten Dinge, die wir hier in der Handelsidee besprochen hatten. Wir hatten ja hier oben in diesem deutlichen Rücklauf, den wir gehabt haben, hier dieses Kästchen oben eingezeichnet, wo die Märkte, naja, ich sag mal mal so, nicht so richtig aus dem Knick gekommen sind. Wir sehen es hier oben auch am Laufen. Der Markt lief hier oben etwas seitwärts. Dann hier oben noch diese Umhüllungskerze und dann zack schoss der Markt nach unten runter. Handelsidee war halt hier gewesen, uns wieder anzunähern an diese Linie unten ran. Wir sehen, der Markt ist untergeordnet auch getrendet. Diesen Trend schauen wir uns in der Stunde gleich nochmal an. Und dann kam halt das Interessante. Wo hat der Markt gedreht? Hier unten am Support-Level. Also es ist auch hier wie immer so, wenn wir starke Rücksetzer bekommen, dann bieten sich an Supports immer wieder gute Möglichkeiten, etwas nach oben mitzunehmen. Das ist jetzt hier an dieser Stelle Geschichte. Wie schon gesagt, der Support hier, die Marke von 0,66,9. Wir hatten die Lows hier unten bei 0,66,7,0,5. Hier übrigens für die kurzfristigen Trader, das ist auch immer interessant, wenn wir solche starken Schübe nach unten bekommen wie hier und dann so eine Kerze haben, wo der Markt dann deutlich auch nochmal zurückkommt. Und immer schauen, was unten am Tagestief passiert. Warum? Wir bekommen dort häufig die Händler, die hier unten gekauft haben und Schnäppchenjagd gemacht haben. Es ist häufig so, dass wir dann hier unten nochmal die Chance bekommen, einen Rücklauf auf das Vortagestief zu sehen und dann schnäppst der Markt nach oben, wenn da Stärke reinkommt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant für Intraday-Trader, die sowas sehen und wir brauchen ja auch immer wieder die Möglichkeit der Handelsvorbereitung. Und da können wir wirklich sehen, wenn wir so einen Tag wie hier gehabt haben, da passiert sehr, sehr oft, dass der Gegentag oder der nächste Tag hier unten das Tagestief noch einmal antestet und dann wieder die Richtung nach oben angeht. So wie es hier auch passiert ist, im Tagesschart verbleibt dann häufig eine sogenannte hier eine Hammerkerze, die wir an dieser Stelle haben. Und wenn die dann bestätigt wird, dann sehen wir genau das, was wir hier auch im Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar sehen. Wir sehen die schöne Gegenbewegung und wenn wir diese Gegenbewegung mal noch ein bisschen weiter planen wollen, wie schon gesagt, sie ist ja schon ein ganzes Stück nach oben gelaufen hier, wenn wir uns mal diesen Trend nach unten auch anschauen, dann sehen wir, dass von der letzten Bewegung doch schon deutlich was weggenommen worden ist und mit Punkto oder mit Blick auf diesen Tagesschart ist der Weg natürlich innerhalb der Korrektur noch längst nicht gegangen. Das heißt, wir haben hier natürlich die Chance auch nach oben zu laufen. Dann dreht sich allerdings erst einmal dieses komplette Bild hier, was ich Magenta markiert habe und da schauen wir mal jetzt eben in den Start der Stunde. Das heißt, hier zoome ich das mal eben zusammen und hier sehen wir es. Hier ist der Markt am Tag deutlich nach unten gelaufen. Hier haben wir auch schön gesehen, wie der Markt schön nach unten geschwungen ist, schöne Korrektur hoch, Korrektur-Trendtiefs gemacht hat. Dann ist er hier oben nochmal reingelaufen, die 0,68, 0,6. Das ist ein Bereich, der hat für, sag ich mal, Widerstand gesorgt. Wir sehen es hier, zweimal reingelaufen, abgeprallt. Hier reingelaufen, abgeprallt. Wie schon gesagt, das ist mal der schöne Trend der Stunde hier nach unten. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist erst einmal auf alle Fälle hier unten dieser starke Rutsch. Hier unten gab es nicht wirklich ein neues, tieferes Tief und jetzt trendet der Markt hier so leicht nach oben. Und da ist es jetzt wirklich interessant zu sehen, was passiert hier oben an diesem wichtigen Widerstand. Wird diese Zone hier oben bei 0,67, 800 überschritten, dann haben wir eine gute Chance, eine weitere Ausweitung der Korrektur in den Tagesschat hinein zu sehen. Und wie schon gesagt, der Markt ist hier oben erst einmal im Korrektur hoch bei 0,68, 9,47 begrenzt. Schiebt es deutlich drüber, haben wir hier oben auch noch ein paar Anlaufpunkte. Die sind planbar, aber noch nicht jetzt. Wichtig ist jetzt, was hier passiert. Und wenn diese Marke 0,67, 800 nach oben durchschritten wird, ist schon der nächste Punkt da, der nächste Widerstand hier oben. Ich hatte es erwähnt hier, die 0,68, 0,6. Das hier oben ist dann die nächste Bank. Und wie schon gesagt, wenn die genommen wird, dann haben wir Chancen nach oben hin. Das muss man sehen. Wenn es aber rumdreht, das heißt, wenn dieser schön nach oben laufende Trend hier auch zu Ende geht, dann haben wir Chancen, die Umkehrseite wieder zu sehen. Das heißt, in Richtung der starken Tagesabwärtsdynamik zu laufen. Und dann orientieren wir uns direkt wieder unten. Das heißt, dann rückt in den Fokus die 0,66, 900. Der Support, den wir hier unten haben, beziehungsweise hier das aktuelle Jahres- beziehungsweise auch Trendtief bei 0,66, 705. Das ist das, was wir hier mit Blick in den Austral-US-Dollar sehen. Wer das übrigens mal sich auch auf Wochenbasis anschauen möchte, hier an dieser Stelle, hier, wir haben einen sehr, sehr stark nach unten laufenden Markt. Und das Ganze schon, ja, wann haben wir es gehabt? Februar, März 2018. Also deutlicher Druck hier an dieser Stelle nach unten. Und wenn wir es nochmal enger zusammen machen, hier an dieser Stelle, wir haben auch noch ein bisschen Platz zur Unterseite hin. Wird dieses Level, was wir gerade auf Tagesbasis beschrieben haben, das Jahres-Tief unterschritten, dann bitte hier hinschauen, hier drüben. Ich ziehe mal kurz diese Linien ein bisschen rüber. Wir haben hier drüben nämlich noch Anlaufpunkte. Hier und weiter unten hier. Da haben wir noch Linien drin liegen, die durchaus Marktbeachtung finden können und das Potenzial dieses Schubs nach unten auch definitiv da haben. Und wenn wir uns mal die ganze Trendgeschichte anschauen, auch auf Wochenbasis, wirklich langfristig. Es geht ja schon lange, lange Zeit nach unten. Und das ist die Chance, die wir hier jetzt auch weiterhin zur Unterseite haben. Im kurzfristigen Trading spielt der weite Weg nach unten jetzt noch keine Rolle. Dazu sind wir noch viel zu weit weg. Aber wir haben jetzt hier die Action von unten gesehen, nach oben. Und wie gesagt, wenn da ganze Spaß wieder rumdreht, dann haben wir wirklich Chancen, die Unterseite gut und ordentlich anzulaufen. Weiter geht's. Wir schauen aufs WTI. Deutlich, deutlich unter Druck geraten. Wir haben es ja alle miterlebt, der starke Schub nach oben. Hier nach den Meldungen in Saudi-Arabien. Ja, das war eine Nachricht, die den Markt schon deutlich bewegt hat. Aber wir haben gesehen, es kam alles anders. Der Markt ist wieder massiv nach unten abgedreht. Das sehen wir auch sehr, sehr schön, wenn wir uns das große Bild mal anschauen hier. Wir haben, naja, ich sag mal mal so ein bisschen Hickhack, so richtig hoch und richtig runter. Wollte der Markt hier nicht. Wir schwanken irgendwo. Aktuell hier oben ist der Deckel drauf bei, ich sag mal mal so, naja, sag mal 62 und unten sind wir begrenzt bei um die 50 Dollar über den Daumen. Ganz grob. Das ist mal so die starke Schwankungsbreite. Da spielt sich einiges zwischendrin ab. Und das ist ja das Schöne für die aktiven Trader unter uns. Wir haben hier so viel Platz, uns auszutoben. Einfach köstlich. Das ist wunderbar. Man muss sich einfach nur die richtigen Stellen raussuchen. Die richtigen Stellen sind, wenn wir so eine Range haben, hier kann man auch noch etwas kleiner ziehen, wenn man möchte, hier in diesem Bereich die 61. Wie schon gesagt, es spielt jetzt keine Rolle, welche Begrenzung man oben und unten nimmt. Wichtig ist einfach, dass wir uns an der richtigen Stelle positionieren für Long- oder Short-Trades innerhalb dieser Range. Und da sind wir gerade wieder auch unten angekommen, wenn wir uns das Bild im Tagesschat anschauen. Das ist an dieser Stelle so unten ist der Support aktuell ganz grob über den Daumen bei 50, 55. Das kommt hier aus dieser Schiene hier drüben raus. Diese Linie, die kann man auch noch ein Stück weit länger ziehen. Die Historie ist schon etwas länger. Also die 50 Dollar Marke hat auch in der Historie schon einiges an Unterstützung gegeben. Und die Frage stellt sich hier, warum sollte das nicht diesmal weiterhin erst einmal so bleiben? Wir haben es ja auch weiterhin gesehen. Wir sind schön wieder unten aufgelaufen und hier massiv der Schub nach unten und jetzt kamen wir halt unten ran. Dann gab es gestern die Umkehrkerze und wir sehen es auch. Der Markt ist hier entsprechend etwas, ja sag ich mal, vom Tempo rausgekommen. Wir haben jetzt gestern auch keine starke, lange Abverkaufskerze gesehen. Wird das Bild bestätigt, könnten wir durchaus hier wieder die Chance bekommen, hier wieder irgendwo in die Mitte reinzukommen, um die Marke von, naja, knapp 56 Dollar 41. Nur, was ich jetzt in unserer Chartbesprechung hier und den Handelsideen auch an dieser Stelle unbedingt zeigen möchte, ist ein Blick in den Wochenchart, weil der zeigt etwas recht Interessantes. Ich zoome es mal ganz kurz rein. Und zwar, wer so ein bisschen der technischen Analyse auch, sag ich mal, etwas Erfahrung hat, der wird vielleicht schon mal was von diesem, ja sag ich mal, Chartmuster, Free Black Growth gehört haben. Das ist eine Chart-Situation, wo wir drei stark abfallende Kerzen in Folge haben. Das Gegenteil dazu sind Free Wild Soldiers. Das ist halt weiß und schwarz. Das kam aus der Historie. Früher waren die Charts ja schwarz-weiß. Da sieht man, wie alt diese Chartmuster auch sind und die funktionieren übrigens auch heute noch. Hier ist der Wochenchart. Hier haben wir jetzt dieses Umkehrmuster, also dieses, sag ich mal, Shortmuster, was wir im Markt haben. Und immer dann, wenn so ein Muster bestätigt wird, das heißt durch weiterfallende Kurse, hat der Markt deutlich Potenzial zur Unterseite. Und wenn wir uns das mal anschauen, diesen starken Schub nach unten, wenn der seine Bestätigung findet, dann fallen wir hier nicht nur unter diese Unterstützung bei 50, 55, sondern wir müssen auch den Blick unten reinwerfen. Hier aufs Tief. Ich zeige es mal kurz rein, kurz einen Augenblick, da ziehe ich die Linie mal rüber. Hier haben wir ein Tief und zwar liegt das bei knapp, ich klemm es dran, kurz einen Augenblick, naja, ungefähr die Marke von 42 Dollar. Der Weg ist offen. Ob es so kommt, ich habe keine Ahnung, aber wir können ja auf die Märkte hören und dieses Handelsmuster hat schon Potenzial nach unten. Und wenn man einfach mal sieht, das ganze Bild hier ausgemessen von der Oberseite, also selbst wenn man es bis hier hoch mal nimmt, ja, und dann hier das Ganze unten dran klemmt, ja, dann sehen wir, wir haben tatsächlich das Potenzial, wenn sich das komplett entlädt, deutlich, deutlich nach unten rein zu laufen. Und das ist das, was uns hier entsprechend bewegen sollte. Wenn der Schub nach unten kommt, dann sind wir gut aufgestellt, das Potenzial nach unten auch zu erkennen. Und wenn wir das erkennen, dann haben wir nämlich die Chance, wenn wir jetzt wieder zurück, beispielsweise in den Tagesschart gehen, das ist auch wichtig für diejenigen, die Swing Trading machen, für die berufstätigen Trader. Wir schauen ja hier immer wieder morgens auch auf Handelssituationen, die nicht nur im Day Trading eine Rolle spielen, sondern in der Regel auch sehr, sehr gut umsetzbar sind für die Swing Trader. Jetzt haben wir die Situation, der Markt ist hier rumgekehrt. Durchaus haben wir jetzt natürlich auch die Chance, weiter nach oben zu laufen. Wenn wir uns jetzt mal hier diesen starken Schub auf Tagesbasis anschauen, dann haben wir schon die Chance, wenn wir uns das hier mal in der Stunde anschauen, mal die Korrekturhochs, äh, die Trendhochs, äh, ja doch, das sind ja Korrekturhochs in dem Moment, ähm, von diesem Abwärtstrend mal anzuschauen. Hier ist eine wichtige Marke, ich klemm da mal kurz eine Linie drauf. Hier oben, diese Marke, das ist ein Korrekturlevel, da wollte der Markt hier eine ganze Weile nicht drüber. Wenn wir hier drüber, oben drüber laufen, dann haben wir die Chance, etwas nach oben zu gehen. Und da können wir uns schön orientieren an den Trendhochs und die haben wir hier halt liegen um die 54,41, relativ nah dran dann die 54,83 und dann schon hier oben dieser leichte Schwungbereich um die Marke von knapp 56,50 ungefähr. Das sind Bereiche, die wir durchaus für einen Rückschnapper mit einbeziehen können. Das kann natürlich noch höher gehen, ich weiß ja nie, wie weit das geht, aber worauf ich an dieser Stelle hinaus möchte, ist für diejenigen, die sich sagen, okay, ich habe einfach nicht die Zeit dazu, den Handel der Korrektur zu betreiben. Ich möchte lieber abwarten, bis ich den Weg nach unten wiedersehe. Der wartet einfach, bis wir die Umkehr bekommen. Und die Umkehr sieht halt so aus, dass der Markt irgendwo hier oben reinläuft und wir dann einfach nach unten wegbrechen. Das heißt, dass wir in der Stunde einen Abwärtstrend ziehen, wieder einen Abwärtstrend, die korrektive Phase trennt wieder dann nach oben und das wäre dann das Umkehrsignal. Und dann können wir uns je nach Ausmaß der Korrektur erst einmal wieder hier unten mit dieser Linie von 55 oder von 50 Euro, 50 Dollar 55 beschäftigen, beziehungsweise wenn das dann bricht, dann haben wir den Weg nach unten da. Die Chance steht da, dass wir deutlich weiter unter die 50 Dollar Marke fallen. Und das ist ja auch das, was wir hier mit brauchen. Und das ist das, was die Berufstätigen auch immer wieder gut und gerne umsetzen können. Ja, also das ist das, was wir im WTI sehen. Wo wir gerade bei den Berufstätigen sind, schaut euch doch mal hier kurz unser Setup an, was wir besprochen haben hier oben. Diese Umkehrkerze, das ist ein richtig genialer Swing Trade. Schaut euch an, da muss man, da muss man kein Trader sein, der am 5-Minuten-Chart das ganze Ding sozusagen betreut, sondern diese Umkehrkerze haben wir hier besprochen morgens im Briefing. Und ich habe gesagt, wenn sich hier das Ganze bestätigt, das heißt, wenn wir einen Rücklauf bekommen und wir dann einen Abwärtstrend in der Stunde sehen, dann haben wir gute Karten erst einmal hier unter die 196 zu fallen oder 96. Hier bildet sich dann ein Abwärtstrend, der dann durchaus auch weiteres Potenzial hat, deutlich nach unten zu laufen. Wir hatten auch identifiziert, wo der Markt auch hinlaufen kann. Und hier hatten wir noch so ein Apfischlevel drin an diesem Ausbruchsniveau. Und schaut, was gekommen ist. Der Markt ist reingelaufen und ist dann ein Stück nach oben gegangen. Also wir haben die Chancen immer da, auch als nebenberufliche Trader. Guckt euch die Webinare hier morgens immer an. Hier sind sehr, sehr schöne Ideen entsprechend auch dabei. Und bei den Ideen gehen wir jetzt mal in den S&P 500. Bitte hier auch nicht die Augen reiben. Wir haben im S&P 500 hier jetzt mal den Wochenchart vor der Nase. Ich weiß, es juckt dem einen oder anderen megamäßig auf den Fingern, wenn wir sehen, wie diese Kerze auch ausschaut von gestern. Oh, da muss ich long gehen. Der Markt steigt jetzt wieder nach oben auf. Und klar, ich meine, wenn wir sehen, wie der Markt runtergekommen ist, hier mit diesem megamäßigen Schub, dann ist schon klar, dass da auch eine Gegenbewegung kommt. Nur kein Mensch weiß, wie weit die geht. Und jetzt hier blind long zu gehen, ist in meinen Augen sehr, sehr, sehr gefährlich. Weil wir haben mit diesem Schub nach oben hier gut die Hälfte des Vortages wieder wettgemacht. Das ist schon eine ordentliche Korrektur, die wir hier sehen. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal hier im Stundentrend auch anschauen, das ist so leicht die grobe Markierung, die ich hier in Magentafarbe gemacht habe, damit man das mal sieht, dann sieht man nämlich eins ganz, ganz, ganz klar. Hier oben ist noch keine richtige Trenddynamik da. Wir haben so einen starken Schub nach unten bekommen, dass man einfach sagen muss, okay, was haben wir jetzt? Eins steht fest. Dieser starke Schub, der ist auch schön trendförmig gelaufen. Das sehen wir ja hier. Und dieser trendförmige Schub ist jetzt erst einmal beendet. Wir sind ja drüber raufgelaufen. So, was heißt, wenn wir jetzt tatsächlich nach oben gehen wollen, ja, dann brauchen wir tatsächlich hier einen Markt, der weiter nach oben trendet. Das heißt, ist, dass wir sowas sehen wie hier. Und dann haben wir als nächsten Anlaufpunkt hier oben dieses Ausbruchslevel im kleinen Bereich. Also hier oben, ich zeige es mal ganz kurz mit dem Fadenkreuz. Also hier haben wir ja das Ausbruchslevel gehabt bei 2.900 und knapp 44 Zählern. Hier ist der Markt runtergelaufen, hat es nicht geschafft rüber und dann zack, zack ging es runter. Das war auch der Bereich, wo die US-Einkaufsmanager in die CSD-Markt so massiv enttäuscht haben. Da ging es einfach brutal nach unten hier. Das sehen wir. Der Markt ist momentan eher wirklich auf der Unterseite auch mit aufgestellt. Das sehen wir hier ganz klar. Jetzt Gegenbewegung. Wie weit die läuft, ich weiß es nicht. Aber was ich jetzt hier an dieser Stelle mal ins Spiel bringen möchte, ist einfach diese brutale Abwärtsdynamik, die wir hier momentan haben. Und wenn wir uns mal diesen Trend hier anschauen, den wir auf Tagesbasis hatten, der ist ja nur einfach zack, der ist nach unten weggebrochen worden. Und wir sind dabei, gerade diesen starken Schub nach oben, hier nach unten rauszunehmen. Und wir haben jetzt hier, wenn wir uns das Bild mal anschauen, eine Situation, wo wir eine Schulterkopf-Schulterformation bekommen könnten. Das heißt, was ist denn die Definition der Schulterkopf-Schulter? Die Definition der Schulterkopf-Schulter ist einfach, auf einfacher Basis natürlich gesehen, wir haben zwei Schultern und einen Kopf. Das ist simpel. So simpel ist es. Aber wichtig ist, bis zum Kopf können wir ja keine Idee bekommen, ob sich tatsächlich eine SKS bildet oder nicht. Weil ich meine, der Markt läuft ja schön nach oben. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Aber wo wir sehen, dass es gefährlich werden könnte, ist die Situation, dass wir hier an dieser Stelle kein höheres Hoch bekommen bzw. hier in diesem Bereich direkt auch abverkaufen. Also so ähnlich, wie das hier drüben der Fall gewesen ist, wo wir wirklich hier oben ran gelaufen sind. Hier unten hatten wir die Nackenlinie in diesem Bereich und hier oben ist der Markt dann rumgedreht und hat es nach unten weggebrochen. Und jetzt an dieser Stelle muss man als Trader langsam weitere Schritte auch mit in Betracht ziehen. Wir besprechen ja auch diese Entwicklung der Charts, der langfristige Entwicklung oder die langfristige Entwicklung hier nicht umsonst. Weil die Ausbildung solcher Formationen dauert ja je nach Zeitrahmen auch entsprechend lange. Im Stundenchart geht das viel, viel schneller, als wir das im Tages- oder Wochenchart sehen. Aber wenn man sieht, dass man zuerst in der Stunde, dann irgendwann im Tag und jetzt mittlerweile irgendwann auch in der Woche Schulterkopf-Schulter-Formationen sehen und zusätzlich dazu auch noch, sage ich mal, Informationen der Wirtschaft bekommen, wo es nicht so gut läuft, dann könnte das durchaus dazu führen, dass wir halt auch auf großer Ebene irgendwann jetzt mal den deutlichen Rutsch nach unten sehen. Also so wie wir diesen Move nach unten hier gesehen haben und das Ganze zu einer ordentlichen Marktbereinigung führt. Also schaut euch das mal auf der Woche an. Wir sehen es ja hier, der Wochentrend lief ewig hoch. Hier wurde erst mal gebrochen. Jetzt hat der Markt seine Kraft gefunden, wieder nach oben zu laufen und jetzt wird er schon wieder schwach. Und das hat halt jetzt das Potenzial, wenn sogar noch wirtschaftliche Rahmendaten schlechter werden, einen deutlichen Schub nach unten zu sehen. Und das hat mich jetzt dazu bewogen, heute einfach mal hier die Woche in den Chart mit reinzunehmen, um einfach mal zu schauen oder die Augen zu öffnen und zu sagen, guckt euch das mal an, was sich hier entwickelt und wo ist denn das Potenzial. Und wenn sich diese Schulterkopf-Schulter hier nach unten entlädt, dann haben wir durchaus auch das Potenzial, hier nicht nur die 2800 anzulaufen, sondern erst einmal auch dieses Zwischentief hier unten. Also dieser große Trend, der ist ja weiterhin intakt, auch wenn sich hier auf Wochenbasis ein Untertrend bilden kann. So lange wie wir nicht hier drunter laufen, ist der Markt nach oben hin noch intakt. Also es wird dann sehr, sehr interessant zu sehen, was hier bei der 2728 ganz grob in diesem Tiefbereich passiert. Bricht er da auch drunter weg, dann haben wir hier den Weg nach unten erst mal geebnet und dann sollte man sich auch irgendwo mit der Realität beschäftigen, dass es durchaus auch mal noch auf 2300 Zähler nach unten laufen kann. Wie schon gesagt, nicht muss, sondern kann. Keiner von uns hat eine Glaskugel auf dem Tisch, die sowas vorhersagen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit wird halt immer größer, je mehr wir hier Umkehrmuster sehen. Und das ist das große Bild, was wir hier auf der Uhr offen haben. Und das kann man sehr schön dazu nutzen, solche Analysen, um sich selbst zu positionieren und Handelstrategien zu entwickeln. Das heißt jetzt an dieser Stelle herzugehen und zu sagen, okay, was können wir denn jetzt machen? Welche Marken sind interessant? Weil wir uns jetzt hier an dieser Stelle beispielsweise mal den Tag, also die Woche anschauen und wir sehen hier schön diese Augustbox. Dann haben wir ja gesehen hier in der Augustbox, da haben wir die 2825 Krop, also hier unten dieser Bereich, dieser Unterstützungsbereich, der ist da. Wenn wir das anschauen, wäre das ja eine erste Idee zu sagen, wenn der Markt tatsächlich jetzt nicht direkt wieder hochläuft. Er hat uns ja schon oft genug gezeigt, dass er das auch kann. Dann haben wir durchaus erst einmal die Chance, hier auf Tagesbasis wieder die Umkehr zu sehen und den Markt erst einmal hier runter ans untere Ende der Augustbox zu bekommen. Und dann als nächstes die 2800 Punkte Mark. Und das sind dann auch wieder Punkte oder Zahlen, wo wir sagen können, kommt es zum Abbranner, dann kann der kurzfristige Trader hier abfischen und mal so einen Schub nach oben mitnehmen. Der Swing Trader an sich, der kann natürlich auch sagen, wenn wir hier oben rumdrehen und tatsächlich die Umkehr bekommen, dann haben wir eine Chance, erst einmal wieder hier das Slow, das aktuelle Wochentief anzulaufen. Das haben wir hier bei ungefähr 2800 oder wir machen es mal live. Wir haben das Wochentief aktuell bei 2855 Zähler. Das wäre Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wenn der Verlauf weitergeht, hier in diese Tiefs reinzulaufen Richtung 2800 Punkte. Also da ist eine Menge Potenzial zur Unterseite hin, wenn der Markt wieder rumdreht. Wie schon gesagt, eine Ausdehnung der Gegenbewegung hier an dieser Stelle in diesen Bereich hier oben rein um die 2950 ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Und das sehen wir dann natürlich auch schön, wenn die Stunde so ein Fortlauf hier oben beginnt und weiter nach oben trendet. Das heißt, wir können hier natürlich jetzt etwas tiefere Korrektur sehen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem, solange wir kein neues Tief machen. Und dass wir dann von irgendwo hier unten dann nach oben wieder den Weg in diese Richtung nehmen, das stellt sich natürlich ganz klar auch immer zur Verfügung. Nur an dieser Stelle bitte auch die Zahlen von heute, die Nonfarm Payrolls, die könnten durchaus hier auch einen Impact nach unten bringen. Je nachdem, wie es ist. Vielleicht haben wir auch die Situation, dass der Markt momentan die Nachricht gut auffässt und wir weiter nach oben gehen, weil wir das nicht wissen. Das ist ja, sage ich mal, die Blackbox an sich. Dann muss man halt einfach das Ganze in seiner Handelsstrategie aufnehmen. Und da sage ich immer, also mein Verfahren in diesem Sinne ist immer so, erst die Nachricht, dann der Markt, dann ich. Das heißt, ich warte die Nachricht ab, warte die erste Reaktion des Marktes ab und dann kann ich mich positionieren und mit dem, was der Markt macht, entsprechend auch mitlaufen. Das ist also hier mal einer der größeren Blicke in den S&P 500. So, wir sind jetzt noch bei den Handelsideen und wir schauen mal ganz kurz, was wir hier mit haben, ob wir Fragen haben. Ich hoffe, mir geht nichts verloren hier. Euro, japanischer Yen. Na klar, den gucken wir uns mal an. Wie schon gesagt, Gold, Dow und Australdollar, also Australdollar, US-Dollar, nehme ich mal an, die laufen gut. Genau, Dow und Gold bespreche ich auch gleich noch. Das ist ganz klar und das ist wichtig. Das sind ja die Handelsideen, die wir hier auch haben und der Goldpreis ist ja, der macht ja auch genau das, was er in den letzten Wochen auch gemacht hat, korrelativ zu den Indizes zu laufen. Und dieses Bild ist halt das Bild, was wir hier immer wieder schön mit sehen. So, jetzt gucken wir mal kurz noch in Euro, japanischen Yen rein und damit gehen wir dann hier, das ist US-Dollar, Yen und dann schauen wir mal, was wir hier entsprechend machen, ob wir da eine Umkehr sehen. Das gucken wir uns an. Euro, japanischer Yen. Wo ist er? Hier ist der Chart dazu. Hier sehen wir, ne, Ralf, sorry, aber hier sehen wir keine Umkehr. Was wir hier sehen, ist ein Trend, der weiter runterläuft. Das heißt, wir sehen hier den Schwung schön weiter nach unten laufen. Ich zeige es mal ganz kurz hier an. Wir gucken uns das Ganze gleich auch nochmal in der Stunde an. Wir haben einen Rückschnapper gesehen. Jetzt läuft der Trend weiter. Hier gibt es nirgendwo in irgendeiner Art und Weise aktuell eine Umkehr. Die sehe ich ganz und gar nicht. Wir laufen einfach weiter nach unten und das ist das Bild, was wir hier sehen. Kurzen Augenblick. Ich zeige das Ganze gleich mal noch in der Stunde. Ich will bloß mal hier kurz fertig zeichnen, wo wir haben. Also wir sind hier in der Stunde gut zu sehen, dann hier mit dieser Tageskerze. Es ist auch eine solche Umhüllungskerze gewesen, aber in einer ganz, ganz anderen Verortung. Wir sehen auch hier, der leichte Unterstützungsbereich bei 17,57 hat gehalten. Einen ganz, ganz kurzen Moment, um dann abverkauft zu werden. Das heißt, da gab es nicht wirklich viel, viel Kaufinteresse. Und danach, wir sehen es, der Markt geht einfach runter. Wir laufen hier auch unter das Tagestief, also unter dieses Swing-Low. Hier entsprechend dieser starken Aufwärtsbewegung nach unten. Das heißt, der Trend nach unten ist intakt. Eine Umkehr ist hier nicht auszumachen. Die muss kommen, indem der Abwärtstrend entsprechend gebrochen wird. Und das sehe ich nicht. Also wir sind jetzt hier, wenn wir das mal anschauen, hier, der läuft einfach weiter. Und solange, wie wir hier nicht wichtige Level rausnehmen, also beispielsweise hier diese Marke von 1,175, wieder durchsteigen und wir hier nach oben trenden, sorry, aber da sehe ich in keinster Art und Weise eine Umkehr. Und wenn wir dieses Bild mal noch weiter zusammenschwingen, dann sehen wir halt, der nächste Anlaufpunkt, den haben wir hier unten im Support bei 1,15862. Zumindest, das ist eine planbare Zielmarke, die wir hier haben. Ob wir jetzt schon direkt durchlaufen, das weiß ich nicht so genau. Wenn wir uns das ganze Bild hier oben mal ausmessen, also von hier auf hier messen und das unten heranschauen, um mal zu sehen, welches Potenzial zumindest dieser letzte Korrektur-Move hat, dann haben wir hier an dieser Stelle erst einmal hier unten diesen Bereich um die Marke von, was ist hier unten, 1,165. In etwa, das ist da. Und der Trend dann weiter zu gehen, aber eine Umkehr ist noch nicht da. Also da müssten wir wirklich sehen, dass wir hier aufwärts laufen in der Stunde. Das heißt, dass diese Bewegung entsprechend gebrochen wird. Dann hätten wir eine korrektive Phase, aber das ganze Bild ist in meinen Augen weiter abwärts gerichtet. Super. Gut. Bevor wir jetzt in die weiteren Analysen gehen, ich habe ja auch gesagt, wir machen heute eine Trading-Sprechstunde, also bitte gerne Fragen einfach in die Chats rein. Was ich jetzt gesehen habe, ist, nicht, dass ich was vergesse, ich habe jetzt noch die Anfrage zum Silber, Dow und Gold. Machen wir noch weitere Fragen sehe ich jetzt hier aktuell nicht. Wenn zwischendurch jemand was gefragt hatte, was bei mir irgendwo oben verschwimmt, bitte einfach noch mal kurz die Info rein, dass es hier nicht umkehrt geht. Euro-Yen haben wir. Das heißt, bevor wir hier mit den Wunschmärkten weitermachen, blicken wir jetzt noch einmal auf die Nachrichtenlage und zwar auf wichtige Nachrichten in dieser Woche. Da haben wir nämlich ein gemischtes Bild gesehen. Starten wir mal am Montag. Am Montag haben wir gesehen die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Es ist eine, sage ich mal, ein Zuwachs der Arbeitslosigkeit von 5000 erwartet worden. Es war aber ein Rückgang von 10.000. Das widerspricht so ein bisschen dem wirtschaftlichen Bild, dass man sagt in Deutschland, die Industrie ist in einer Rezession. Rezession. Das ist halt etwas, das muss man mittlerweile etwas anders betrachten, wie man sagen kann, okay, die Industrie ist in einer Rezession, die Gesamtwirtschaft von Deutschland aber noch nicht. Das hängt etwas damit zusammen, wie sich die Wirtschaft mittlerweile verändert. Das heißt, wir haben die Situation, dass ja immer mehr digitalisiert wird. Das heißt, viele Punkte in der Wirtschaft laufen nicht mehr einfach nur über das produzierende Gewerbe, sondern die laufen mittlerweile auch über den gesamten, sage ich mal, digitalen Sektor, Software-Bereich. Die laufen viel über Dienstleistungen und solche Geschichten. Und deswegen wächst hier sozusagen in der Wirtschaft seit langer Zeit auch ein anderes Gefüge zusammen. Man darf natürlich das produzierende Gewerbe nicht abschreiben, weil das produzierende Gewerbe ist extrem wichtig. Auch wenn wir mittlerweile immer mehr digital machen, wir nutzen ja trotzdem noch echte produzierte Sachen. Das heißt, der Maschinenbau ist wichtig, Automobilbau ist wichtig, das ganze produzierende Gewerbe auch für Kleidung und so weiter und so fort. Das wird auch immer ein sehr, sehr großer Bestandteil sein. Nur die Arbeitswelt verändert sich natürlich ein kleines bisschen. Und deswegen verschiebt sich das Gefüge hier auch etwas über den, sage ich mal, effektiven Impact des produzierenden Gewerbes auf die Realwirtschaft. Wenn man das mal sieht, man hört, das produzierende Gewerbe in Deutschland ist in einer Rezession. Wir haben hier rückläufige Aufträge im produzierenden Gewerbe. Wir sehen, der Maschinenbau ist unter Druck, die ganzen Zuliefergeraten unter Druck. Automobilwirtschaft geht es nicht ganz so gut. Das sind schon ganz, ganz klare Fakten dafür, dass wir hier Probleme haben in dieser Richtung. Wir sehen auch, das hatte ich in der letzten Woche gesagt, dass wir aktuell einen Kurzarbeitsstand haben, der auf Stand der letzten Rezession in Deutschland ist. Das ist also ein Fakt, den man nicht außen vor lassen darf. Und trotzdem geht es der Binnenwirtschaft in Deutschland noch relativ gut und trotzdem sinkt die Arbeitslosigkeit. Also das sind Fakten, die sollte man hier auch immer mit auf der Uhr haben. Aus Großbritannien haben wir diese Woche Nachrichten auch bekommen, auch außerhalb vom Thema Brexit hier. Am Montag das Bruttoinlandsprodukt, das ist etwas angestiegen hier. Wenn man das BIP mal entsprechend aufs Jahr sieht im zweiten Quartal, das war also eine positive Überraschung. Am Dienstag gab es dann allerdings auch, sage ich mal, Überraschungen in zweifacher Art und Weise. Im ersten Punkt der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, der ist überraschenderweise ganz leicht angestiegen. Ich sage aus Absicht überraschenderweise, weil die Analysten hier eine 41,4 erwartet haben, also ein deutlicher Rückgang auch zum vorherigen Monat. Und jetzt war es eine 41,7. Das hat der Markt schon überraschend aufgenommen. Aber man muss eigentlich auch sehen, was sich in der Zukunft hier entsprechend auch entwickelt. Das ist wichtig. In Großbritannien gleiches Bild. Hier auch eine positive Überraschung beim Einkaufsmanagerindex. Aber der Nachmittag, ja, dann kam der große Rutsch. Das haben wir gesehen. Der Schub nach unten auch in den großen Indizes in den USA, was dann den ganzen Rest mit runtergerissen hat, auch auf der Währungsseite. Der ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist deutlich schlechter ausgefallen. Es war jetzt nicht nur so, dass der schlechter ausgefallen ist und die Analysten hatten vorher auch mit einem Rückgang gerechnet. Nein, die Analysten haben mit einem Zuwachs gerechnet und der Markt ist nicht gewachsen, sondern er ist gefallen. Und das hat diesen starken Schub nach unten geschafft oder gebracht, weil man da dran sieht, okay, die Wirtschaft in den USA hat doch deutliche Gebrauchsspuren. Und da kommt nämlich auch immer wieder das Thema mit ins Spiel. Der Handelsschreit in den USA zwischen China und den USA und auch anderen Wirtschaften. Wir haben es ja mittlerweile auch ausgeweitet auf Deutschland. Trump hat ja, nachdem das die WTO sozusagen der USA Recht gegeben hat, dass sozusagen Strafzölle auch im Prozess erhoben werden durfte. Es wurde ja geklagt von der USA, dass die EU sozusagen Airbus vorteilhaft unterstützt hat, sagen wir es mal so. Und da hat die WTO gesagt, ja, das ist tatsächlich so gewesen und deswegen dürft ihr rechtlicherweise Handelszölle erheben. Die kommen jetzt. Das gleiche Bild kommt aber auch auf der anderen Seite. Die USA hat dasselbe natürlich mit Boeing gemacht. Die WTO hat auch gesagt, das ist nicht ganz sauber. Da wird im nächsten Jahr der Juncker, der Jean-Claude Juncker hat es auch angekündigt, eine Gegenmaßnahme kommen. Das sehen wir dann auf alle Fälle. Also das ganze Spiel verschärft sich immer, immer weiter und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Weiter ging es mit Terminen in dieser Woche. Auch am Donnerstag ein bisschen was aus USA und Großbritannien bekommen. Wir sehen es hier. Der Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe in Großbritannien ist auch weiter auf dem Rückweg oder ist auf dem Rückweg die Beschäftigungsänderung in den USA. Wir sehen es auch hier. 135.000 zu 140.000 erwarteten neuen Stellen. Das ist ein Knick. Die Rohöl-Lagerbestände, auch die sind angestiegen. Man hat mit einem Anstieg gerechnet, aber nicht mit so einem starken Anstieg. Und gestern dann haben wir aus Großbritannien den Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung bekommen. Auch der war deutlich schlechter als die Zahl, die hier stand. Oder nicht deutlich, aber er war schlechter. Und aus den USA ganz klar hier der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung, der hat auch enttäuscht. Wir sehen es. 52,6 der Marker hier. 55 sind erwartet worden. Der Markt hat allerdings schon mit einem Rückgang gerechnet. Das hat das Bild etwas anders gegeben. Und der Markt wusste ja auch schon, okay, es gibt in diesem Bereich jetzt negative Überraschungen. Und das ist einfach das Bild, was wir hier aus wirtschaftlicher Sicht entsprechend weiter auch mit sehen. Und damit schauen wir noch auf die Termine der kommenden Woche. Die passen heute auf eine Seite. So viel ist es nicht. Es ist viel USA-lastig, ein bisschen Großbritannien. Wir bekommen am Montag den Erzeugerpreisindex aus den USA. Am Dienstag, am Mittwoch, entschuldigt, am Dienstag gibt es den Erzeugerpreisindex. Montag kommen keine wichtigen Nachrichten aus dieser Richtung. Am Mittwoch gibt es die Jolt-Stellenangebote, also die öffentlichen Stellen. Wir bekommen die Rohöl-Lagerbestände und wir bekommen hier das FOMC-Sitzungsprotokoll. Also der nächste Mittwoch ist auch wieder sehr, sehr, sehr wichtig, weil ja die FED in den USA auch die Wirtschaft stützen möchte. Es wird sehr interessant, was hier an dieser Stelle passiert. Und am Donnerstag gibt es dann einen Tag, der ist hier viel Last aus Großbritannien. Wir bekommen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, Zahlen zur Produktion des verarbeitenden Gewerbes und aus den USA bekommen wir einen Einblick in den Verbraucherpreisindex hier um 14.30 Uhr nächste Woche Donnerstag. Also ein paar Nachrichten haben wir. Ich denke aber der wichtigste Part, den hat nächste Woche das FOMC-Sitzungsprotokoll. Und damit machen wir weiter mit der Sprechstunde hier Fragen und Antworten. Und damit gehen wir wieder zurück in die Charts entsprechend und schauen mal, was hier noch so kommt. Also Silber haben wir da. Das passt soweit. Das machen wir auch gleich. Und dann geht es rein sozusagen in die großen, sage ich mal, Indizes, die wir mit besprechen. Wir starten allerdings hier mal mit dem Silber. Silber läuft ja in den letzten Tagen auch wie Gold in die, sage ich mal, ansteigende Richtung mit rein. Kurzen Augenblick. Da sehen wir hier, also der Anstieg ist auch gekommen. Gestern hier eine leichte Umkehrkerze, wenn man sich dieses Bild mal anschaut. Es kommt hier so ein bisschen drauf an, wie sich heute auch die Indizes verhalten. Wir sehen, wir haben eine Korrelation zwischen den Edelmetallen und den US-Indizes. Und wir wissen auch, wenn die US-Indizes nach unten tendieren, tendieren die Edelmetalle eher zur Oberseite hin und umgekehrt. Aus rein schadtechnischer Sicht haben wir hier nach dem starken Schub nach unten eine Gegenbewegung gesehen. Dann haben wir gestern hier diese Umkehrkerze gesehen. Die Indizes sind ja gestern auch ein bisschen nach oben gelaufen. Werden wir gleich sehen in den USA. Und dann gab es hier natürlich im Silber die Umkehr nach unten. Und wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal noch anschauen in der Stunde, dann sehen wir hier oben das leichte Inhalten. Das heißt, der Markt hält hier oben offen, bricht es nach unten durch, also unter das Tagestief. Dann wird eine Korrektur wahrscheinlicher. Ansonsten der Weg nach oben. Das heißt, im ganz, ganz kurzfristigen Bereich hängt meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Meinung, das hat nichts mit der Charttechnik zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, sage ich mal, welche Erfahrung ich mit den Märkten auch habe. Und meiner Meinung nach hängt heute viel daran, wie sich die Indizes nach den Nonfarm Payrolls verhalten. Aber, und das ist etwas, das sage ich an dieser Stelle einfach auch mal so aus der Erfahrung heraus. Ich weiß halt, wenn ich einen Chart sehe, der hier so eine Trompete macht, ja, dann habe ich halt einfach gelernt, Junge, lass die Finger von der Trompete und warte ab, bis sich der Markt positioniert. Das heißt für mich in zwei Richtungen gedacht. Entweder wir laufen hier unten drunter und der Markt positioniert sich zur Unterseite. Dann kriegen wir einen Trend nach unten und dann kann ich mich kurzfristig so positionieren, dass ich die Unterseiten mit in die Planung reinnehme. Läuft der Markt oben drüber, also hier über dieses Level oben drüber und trendet weiter, dann kann ich mich kurzfristig zumindest auf der Oberseite positionieren. Das sind die Fakten, ja. Und das ist halt der Punkt, wo ich persönlich auch gelernt habe, ich habe früher auch hier drinnen rumgetradet und habe einfach gesagt, okay, der Markt läuft nach oben, hier Korrektur, hier oben, naja, das waren Fehlausbrüche, aber wir haben hier die Aufwärtsdynamik, gehst du einfach mal long. Ja, klar, kann man machen, ich habe es mir abgewöhnt, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich solche Chartmuster hier sehe, wo wir wirklich steigende Hochs und fallende Tiefs zur selben Zeit haben, dann kann ich mir keine Meinung bilden, was der Markt nur will. Er ist einfach unentschlossen und das hat ein bisschen was mit Glücksspiel zu tun und wir wollen im Trading kein Glücksspiel, sondern das, was wir hier jeden Morgen machen. Wir wollen saubere Fakten haben, ordentliche Charts, wo wir Signallagen ausarbeiten können. Das ist ja dann der zweite Schritt, wenn Sie als Zuschauer hier immer auch machen müssen, die Signallage dann in Ihre Handelssetups umsetzen, um dann zu traden und das kriegen wir hier einfach sauber nicht hin. Im großen Bild vom Silber sind wir hier wieder deutlich nach unten gelaufen. Wir sehen es, das, was wir hier aktuell sehen, ist nur die Gegenbewegung zu diesem starken Schub nach unten und wir sollten uns hier aus rein technischer Sicht weiter auf fallende Kurse, sag ich mal, einstellen, wenn die technische Sache normal weiterlaufen würde. Aber das haben wir momentan nicht, weil wir die starke Korrelation haben und von der Seite her müssen wir hier im kurzfristigen Bereich immer mal so ein bisschen schauen, was ist. Wie schon gesagt, die Umkehr ist da, wird es bestätigt durch die Unterseite. Erstmal hier unten sehen, der Supportbereich hier um die 17,82 beziehungsweise 16,82 beziehungsweise 16,65, die sind da. Das sind weiterhin Umkehrpunkte auf der Unterseite, wo wir Unterstützung bekommen könnten, wo der Markt nach oben abprallen kann. Aber wie schon gesagt, momentan sagt uns der Markt hier, gestern gab es die Umkehr. Sollten die Indizes heute freundlich aus der Woche gehen, dann haben wir kurzfristig möglicherweise erstmal den Weg nach unten offen. Aber wir müssen schauen, was hier wird. Einfach etwas abwarten an dieser Stelle. Also das mal der Blick in den Chart vom Silber und wo wir gerade beim Silber sind und bei den Edelmetallen, gucken wir uns gleich nochmal den Goldpreis an. Wie schon gesagt, die beiden Charts laufen ähnlich, nicht hundertprozentig. Wir haben es gestern gesehen, die Kerze im Silber war schwarz. Hier haben wir weiterhin, sage ich mal, einen aufwärts tendierenden Markt im Gold. Das heißt, etwas Unterschied ist schon da. Wir sehen es halt auch hier in diesem Trend. Wir haben hier keine Trompete drin, sondern wirklich einen Markt, der in die Korrektur gelaufen ist, der schön nach oben gelaufen ist, der jetzt wieder in seiner Korrektur steht und durchaus die Chance hat, weiter nach oben zu laufen. Und wenn wir hier diesen Schub nach oben mitnehmen, sehen wir auch einen leichten Trend nach oben. Das ist also etwas unterschiedlich in diesen beiden Charts auch mit zu sehen. Wichtig ist wirklich auch die Korrelation hier aus Sicht der Indizes und die Nachrichten heute Abend mit dem Blick zu behalten. Nur, wie schon gesagt, wenn der Markt weiter enttäuscht, wir haben es ja vorhin im S&P 500 gesehen. Der ist momentan eher abwärts gerichtet. Dann haben wir die Chance, nach oben rauszulaufen. So wie wir es im Silber-Chart auch gerade gesehen haben, dann wird es sehr wahrscheinlich, dass wir eher die Oberseite sehen. Und hier haben wir in Gold auch noch den Stunden-Chart nach oben laufen. Das heißt, es macht die Planung etwas einfacher. Wir können ordentliche Absicherungslevels uns suchen. Das ist etwas anderes wie bei einer Trompete. Und das Ganze hier zu sehen. Und wie schon gesagt, wir haben auch im Gold den starken Schub nach unten gesehen, der die Abwärtsdynamik hier nach diesem leichten Bruch dieses Abwärtstrends wieder fortgesetzt hat. Aber wenn jetzt die Korrelation tatsächlich so kommt, dass der Markt weiter hoch will, weil die Indizes nach unten wollen, dann wird es Zeit, sich wieder dem Wochenchart zu widmen. Und wir sehen ja im Wochenchart hier unten diese Auflösung. Wartet mal, ich zoome es mal kurz etwas weiter rein. Wir haben hier ein starkes Level rausgenommen. Und hier, ich mache es sogar noch mal ein Stückchen größer. Wenn wir uns dieses große Bild mal anschauen, wir sind hier einfach in eine weite Bewegung reingelaufen, die jetzt mal ein bisschen korrigiert wird. Das heißt, wir haben auch alle Chancen offen, dass wir jetzt aus der Korrektur weiter nach oben rauslaufen und den Markt dann oben reinnehmen. Wie schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist da, wenn die Aktienmärkte weiter schwach bleiben, dann wird ja der sichere Hafen häufig gesucht. Und das ist der Punkt, wo wir hier dann oben auch mit reinlaufen. Das ist dann übrigens auch eine Chance für den Dollar. Das heißt, wenn Gold stark gesucht wird, Gold wird ja in US-Dollar gehandelt, dann steigt oft auch die Nachfrage nach dem Dollar, was dann den Dollar wieder stärker machen könnte. Und im Blick auf das Währungspaar Euro, US-Dollar beispielsweise, könnte das dann den Trend nach unten weiter befreuen. Das muss man ein bisschen abwarten, ob es tatsächlich so kommt. Aber wenn der Markt dann genau diese Szenarien auch spielt, sollte man sie auf der Uhr haben und das Ganze dann miteinander hier im Trading auch versehen. Wie schon gesagt, Gold, auch im Gold sowie im Silber, es ist momentan ein bisschen Hickhack, ein bisschen hin und her, muss man sehen, wie sich die Trends weiter aufbauen. Ich denke, eine gewisse Richtungsentscheidung werden wir heute Nachmittag auch sehen. Wenn um 14.30 Uhr, war es glaube ich gewesen, die Non-Farm-Paywalls kommen. Gucken wir mal nochmal ganz kurz nach. Ich habe jetzt die Zeit leider nicht genau im Kopf. Die kommen ja genau um 14.30 Uhr. Also bis dahin auch noch etwas Geduld. So, das wäre hier zum Thema Gold. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal eben noch den Chart vom Euro-US-Dollar an. Den haben wir auch gut traden können. Und er hat auch genau das gemacht, worauf wir hier auch gesetzt haben. Das heißt, hier nach dem schönen, starken Schub nach unten, nachdem wir hier unten auch ein neues Jahrestief gesehen haben, laufen wir schön hier oben rein. Wir sind in die korrektive Phase reingelaufen. Wir sind wieder hier in dieses leichte Widerstandsband reingelaufen. Hier, das ist diese Marke hier, wo wir hier unten immer oder hier oben rauf gelaufen sind, dann oben. Hier sind wir runter, rüber, runter. Jetzt sind wir hier herangelaufen, wieder nach unten. Also es ist ein gewisses Widerstandslevel mit drinnen. Die Marke von 1.10 Uhr hat ja auch eine gewisse Rolle gespielt in dem gestrigen Schub nach oben. Wir sind in der korrektiven Phase, haben noch keine genaue Richtung nach unten gesehen. Gestern waren die Händler ja sehr, sehr unentschlossen. Wenn wir uns das mal kurz im Kleinen anschauen, dann sieht man es. Wir sind hier nach oben geschnäpst. Jetzt ging es dann wieder deutlich nach unten. Oh ja, jetzt warten wir mal ab, ob es hier einen Aufwärtstrend gibt. Also einen kleinen Untergeordneten wieder oder wir nach unten brechen. Das wird sich dann zeigen. Aber der übergeordnete Chart ist weiterhin abwärts gerichtet. Das ist einfach Fakt. Und wenn wir uns jetzt mal das Potenzial auch zur Unterscheide anschauen, wenn ich das mal etwas näher zusammenzoome, dann sehen wir hier definitiv der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite rein. Ich mache es mal ganz klein. Man kann das schlecht erkennen, aber wir haben hier drüben im Jahr 2017 die nächste Supportlinie bei ungefähr 1,08400. Und das ist dann das Potenzial. Jetzt gehe ich wieder zurück in die etwas nähere Betrachtung. Das ist dann natürlich hier das Potenzial, was wir haben, wenn sich dieser laufende Abwärtstrend aus der Korrektur irgendwann wieder rumkehrt, dass wir nicht nur den Weg zum Trendtief frei haben. Hier unten, da klemme ich auch gleich mal noch ein Preisschildchen dran. Hier unten, also da haben wir knapp die Marke von, wo haben wir es liegen, bei 1,08, knapp 8, was hier unten liegt. Das ist der Bereich hier. Den haben wir natürlich erst mal vor uns, wenn der Markt nach unten wieder rumdreht. Das heißt, die Umkehr macht. Ralf, so wie du vorhin gesagt hast, auch im anderen Währungspaar Umkehr schon da. Dann sehen wir die Umkehr. Dann haben wir den Markt wieder nach unten trenden und die Chance hier reinzulaufen. Und wenn wir das dann sehen, haben wir dann als nächstes hier das Potenzial durchaus auf die 1,08, 400 drauf zu laufen. Das können wir hier entsprechend nutzen. Ich werde dann natürlich hier im Livestream morgens auch darauf hinweisen, sofern wir es greifen können, dass das Ganze auch mit da ist. Und dann gehen wir jetzt noch mal rüber auf Seiten der Indizes. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch mal den DAX an und dann schauen wir mal noch auf den DAO und den US-Tag. So, den DAX gucken wir uns erst mal hier im Tagesschart an. Wir sehen es an dieser Stelle. Der Schub, den wir in den US-Indizes gesehen haben, den haben wir ganz genauso hier im DAX gesehen. Und auch parallel, also da lief echt alles parallel. So, in dem Moment, in dem die schlechten Wirtschaftsdaten in den USA rausgekommen sind um 16 Uhr, haben die Märkte auf den Punkt genau rumgedreht und sind zack nach unten gelaufen. Und interessant, auch hier wieder zu sehen, ich meine, wir hatten gestern hier in Deutschland Feiertag, aber der Markt hier, wo hat er rumgedreht? Hier haben wir ein Support-Level um die Marke von 11.800, naja, von 60 C dann irgendwo. Das ist Support. Und genau dort hat er auch rumgedreht. Jetzt wird es natürlich interessant, wie es weitergeht. Wir haben ja hier ein paar Schwungbereiche auch noch mit drinnen, die ich schon mal identifiziert habe, wo es untergeordnet hinlaufen können, wenn wir uns das mal anschauen. Das sind halt einfach Werte hier an diesen Stellen, wo wir die hoch sehen. Das heißt, hier in diesem Bereich hier um die 12.000 Punkte Marke, die ist ja auch psychologisch wichtig, also dieser Schwungbereich, da müssen wir momentan einfach drüber, um nach oben zu laufen. Und wenn wir uns den Rest mal noch mit anschauen, hier an dieser Stelle, hier unten hatten wir ein Low. Da ist der Markt direkt durchgelaufen. Und das ist dann auch ein Anlaufpunkt, den wir durchaus zur Oberseite mit offen haben. Also dieses Ausbruchs-Level hier noch einmal anzutesten, um diesen starken Schub weiter nach oben rauf zu nehmen und dann möglicherweise wieder die Umkehr nach unten zu machen. Also auch das Bild im DAX. Hier gibt es momentan nichts, was in irgendeiner Art aktuell bullisch wirkt. Das heißt, hier an dieser Stelle, wir haben hier auch jetzt einen laufenden Abwärtstrend auf Tagesbank. Das ist ganz klar zu sehen. Und was wir hier in diesem Blick auch noch mit innehaben möchten oder sollten, ist, wenn wir mal auf die Woche schauen, hier, das ist schon heftig. Und hier ist genau das Gleiche. Wir haben hier eine Schulter, einen Kopf und eine Schulter. Und jetzt, hier kommt halt schön was zusammen. Etwas Ähnliches hat man hier drüben schon. Schaut euch das mal an. Das ist der Wochenchart wo gemerkt. Schulter, Kopf, Schulter. Zack, hat es uns nach unten geführt. Jetzt kriegen wir in der Woche genau das gleiche Bild. Schulter, Kopf und hier ist auch eine Schulter. Das hat deutlich Potenzial zur Unterseite hin. Auch wenn man hier entsprechend jetzt natürlich die Nackenlinie ein bisschen schwer ziehen kann. Hier drüben war das deutlich einfacher. Wir hatten hier drüben liegen, hier in diesem Bereich. Aber weil der Markt hier so runtergelaufen ist. Nur wir sehen hier oben momentan, dass der Markt deutlich vor diesem Zwischenhoch hier wieder die Gegenrichtung anstrebt. Und das hat schon die Gefahr, dass wir deutlich tiefere Kurse an dieser Stelle sehen und den Markt nach unten brechen. Und wie schon gesagt, was hier eine wichtige Marke hier in diesem Bereich ist, das ist hier dieses Level, was wir auf Tagesbasis auch sehr, sehr schön sehen können. Diese Marke hier, als wir diesen Abwärtstrend gebrochen haben. Wenn wir die deutlich unterschreiten, das heißt auch auf Schlusskursbasis der Woche, dann ist der Weg eher zur Unterseite hin geebnet. Hier den schönen Trade, den haben wir genossen. Nach oben hin mit dem Bruch aus dieser inversen Schulter, Kopf, Schulterformation. Und jetzt drehen wir wieder zur Unterseite. Und wie schon gesagt, wenn diese Linie hier nicht hält, dann könnte man auch relativ schnell hier unten reinlaufen in dieses Zwischentief, was wir gehabt haben, bei 11.200 und knapp 65 Zählern. Das ist das, was der Markt, der Chart hier an dieser Stelle hergibt. Das wird der Markt zeigen. Wie schon gesagt, das Bild ist wieder deutlich bärisch geworden, weil, ich zeichne es gleich mal noch mit ein, wir haben jetzt auch auf Tagesbasis wieder einen Abwärtstrend und der ist momentan einfach richtungsführend. Und damit können wir dann auch die aktuellen kleineren Bewegungen, die wir hier haben, in den untergeordneten Trends auch einordnen. Das heißt, alles, was steigt, ist Korrektur zum aktuellen Trend. Alles, was fällt, ist hier Bewegung des Trends und das Ganze kann deutlich nach unten führen. Und das ist das, was momentan auch im DAX die Richtung angibt. Das gleiche Bild sehen wir hier im DAO. Also das ist absolut identisch auch zum S&P 500. Der Markt ist hier deutlich nach unten gekommen. Wir sind ja hier auch im DAO schön aus der Augustbox nach oben ausgebrochen. Wir haben hier schön den Markt nach oben Trenden sehen. Wir sind jetzt hier im Spike von gestern unter dieses Korrektur-Tief drunter gelaufen. Das heißt, auch dieser grün markierte Trend, der ist nicht mehr. Also der ist Vergangenheit. Der ist technisch gebrochen. Jetzt kommt es halt darauf an, wie es weitergeht, ob der Markt erst mal wieder hochläuft oder direkt runterläuft. Aber aus rein technischer Sicht ist hier das Bild wieder deutlich eingetrübt und deutlich bärischer geworden. Und das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und wenn wir hier mal in die Woche auch mit reinschauen, dann sehen wir auch das gleiche Bild. Wir haben hier ein Level, nochmal ein Anstiegslevel und hier ein tieferes Hoch, wo der Markt jetzt deutlich nach unten mit tendiert. Und das zeigt halt einfach die gleiche Symptomatik, wie wir die gerade im DAX hatten. Und wenn wir hier unten mal kurz noch eine Trendlinie dranlegen, dann sehen wir halt auch, die ist da, die ist jetzt angetestet worden. Und wenn die gebrochen wird, dann haben wir die Tendenz auch hier eher zur Unterseite gesehen oder sehen wir sie und wo gemerkt. Wir gucken uns hier einen Wochenchart an und das könnte sich durchaus weiter nach unten mit entladen. Also wir haben hier wirtschaftliche Faktoren, die treffen. Man muss schauen, was die FED an dieser Stelle macht. Man muss schauen, was der Handelskrieg macht. Das sind halt alles momentan Faktoren, die den Markt negativ beeinflussen können. Also das heißt, wenn die FED beispielsweise Dinge nennt, wo man einfach sagt, okay, wir müssen hier an dieser Stelle wirklich bestimmte Sachen jetzt tun, weil es der Wirtschaft so schlecht geht, dann könnte das wirklich auch für weitere Abwärtsdynamik sorgen. Das Impeachment-Verfahren gegen Trump ist ja auch noch ein Spiel. Das Thema Wahlkampf, wir wissen ja auch selber, auch wenn politische Börsen häufig kurze Beine haben, wir haben sie, die politischen Börsen, die bewegen die Märkte und das können wir dann zur Unterseite nehmen. Das ist jetzt nicht tragisch. Wir sind ja aktive Trader, wir können das Ganze auch traden, aber der Markt dreht halt von der Bullischen oder hat gedreht von der Bullischen definitiv aktuell eher auf die bärische Seite. Und diejenigen, die das Ganze auch mit gleitenden Durchschnitten sehen, die sind halt einfach da. Wir können ja mal ganz kurz was einfügen. Hier die gleitenden Durchschnitte, kurzen Augenblick, Tendenz und dann hier, ich lege mal kurz den 200er gleitenden Durchschnitt rein. Da sehen wir es. Wir sind drangelaufen, wir sind abgeprallt. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, so wie hier drüben auch. Der Markt hat sich nicht einfach geschlagen gegeben. Nur, wenn wir jetzt tatsächlich deutlich unter die 200er Tagelinie fallen, dann wissen wir ja auch wieder, was kommt. Viele große Fonds verkaufen, wenn die Kurse unter der 200er Tagelinie sozusagen notieren, ihre Positionen, dann kommt Druck auf den Markt und dieses Spiel ist dann immer wieder das gleiche. Und das ist das, was wir für unsere Planung hier definitiv auch mit reinnehmen können. Das also hier mal der Blick in den Dow Jones und genau das gleiche Bild sehen wir im technologielastigen Nasdaq. Also auch hier die Situation, wenn wir uns das mal auf Tagesbasis anschauen, wir haben hier ein Hoch, nochmal ein höheres Hoch, hier ein tieferes Hoch. Das ist hier eine Schulter, ein Kopf, eine Schulter. Das ist faktisch da. Das zeigt uns, dass der Markt nach unten will. Wir sehen es auch hier. Die Dynamik ist deutlich abwärts gerichtet. Das Potenzial nach unten ist weiterhin vorhanden. Wir sehen es hier auch. Das Tief der Augustbox. Ich mache da mal ganz kurz eine Unterstützung gleich dran. Also diese Marke hier unten, die ist definitiv auch eine Marke, die Beachtung finden sollte, weil der Markt hier im August immer schön gehalten hat. Hier unten die knapp 7.350 Zähler. Also das Potenzial zur Unterseite hin. Wir haben momentan einen sehr, sehr volatilen Markt an dieser Stelle. Das ist immer schön interessant für die kurzfristigen Trader. Und hier auch spannend zu sehen, hier übers Tageshoch drüber gelaufen. Jetzt kommt die Umkehr. Wenn der Abprall nachhaltig wird, dann kann man das ganz auch schön zur Unterseite treten. Kurzfristiger Anlaufpunkt hier natürlich erst einmal das Tages-Tief von gestern bei knapp 7.456 Zählern im Kurzfristbereich. Wie schon gesagt, viel nehme ich mal an. Wird davon abhängen, was heute bei den Non-Farm-Payrolls rauskommt. Und wenn die positiv sein sollten, dann haben wir auch auf der Oberseite noch ein paar Anlaufpunkte. Und zwar, kleinen Augenblick, lasst mich das mal mit der roten Farbe hier markieren an dieser Stelle. Oben ist nämlich Anlaufpunkt hier. Einmal das Tageshoch, was wir hier haben, bei ungefähr 7.713 Zählern. Und dann dieser Schwankungsbereich hier oben, um diese Marke hier bei 7.823 Zählern. Das sind Anlaufpunkte, die wir schön im Stundenchart identifizieren können. Hier an dieser Stelle. Wir sehen es hier schön den Markt nach unten trennten. Immer abwechselnd hochs und tiefs, fallende tiefs, fallende hochs. Hier haben wir gesehen, sensibler Punkt, herangelaufen, wusch, rumgedreht. Das sind Marker, die wir da haben. Und auch hier das Tageshoch hat eine gewisse Relevanz. Wir sehen, hier wollte der Markt nicht hin. Und da wird es spannend zu sehen, was passiert. Kriegen wir hier Schwäche rein, dann direkt wieder runter, kriegen wir Stärke rein. Haben wir den nächsten Anlaufpunkt schon hier aus trendtechnischer Sicht in der Stunde auch mit da. Und wir haben sogar den Weg nach oben noch mit weiter offen. Das alles kann die Volatilität natürlich deutlich erhöht auch mit ausschöpfen. Und hier die Punkte, die wir schön identifizieren, durchaus einfach auch mit abgreifen. Schauen wir, was kommt. Heute Nachmittag um 14.30 Uhr wissen wir hier definitiv mehr. So, damit hier der große Rundumschlag. Heißt an dieser Stelle, Fragen sehe ich aktuell keine mehr. Das heißt, ich hoffe auch, ich habe nichts übersehen. Das heißt, danke für die Zeit. Allen guten Trades, einen schönen Wochenabschluss. Wer einen Brückentag hat, genießt die Zeit und macht euch einen angenehmen Freitag. Und ansonsten sehen wir und hören wir uns wieder am Montag, wie gewohnt, um 8.30 Uhr zum Blick in die Märkte und ein paar Handelsideen. Danke für den Morgen und bis nächste Woche. Tschüss.